unten rechts am runden ding schneller drehen hier irgendwo ja heute sozusagen es soll nur noch um die praxis gehen denn sie finden ja alles wichtige immer auf nextscientistforfuture.de alles ein wort und der oberste link der erste link der kommt ist ja der live ticker und da finden sie alles und darüber reden wir nicht mehr da blenden wir höchstens mal kurz rein zum beispiel hier solche plakativen parteiprogramm kernsätze sind möglich für die neue regierung es geht ja hier bei uns jetzt immer nur noch um die neue regierung die hoffentlich ab herbst den kanzler stellt nie wieder corona ach so ich lese mal ich gehe mal ein bisschen höher hier nie wieder corona nie wieder schweinegrippe das springt hier zu sehr na sorry geht nicht na gut nie wieder corona nie wieder schweinegrippe durch gezielte belohnung des gesundheitswesens zukünftig nur noch für bewiesene gesundheitsförderung und krankheitsverhinderung aber nicht mehr für den verkauf von möglichst vielen impfungen tests masken chemotherapien und operationen ja das ist so ein schlagwortsatz für ein programm so könnte man so oder ähnlich könnte man könnte ein zentraler programmpunkt sein ja und dann könnte ein zentraler programmpunkt sein null arbeitslosigkeit durch gezielte belohnung der arbeitsamt mitarbeiter nur noch für in arbeit untergebrachte ausrufungszeichen und die überschrift des gesamten parteiprogramms könnte wer auch immer dann am ende das rennen macht ob die parteien fusionieren oder ein sieger alle anderen übertönt das ist egal die überschrift überschrift des parteiprogramms sollte aber ungefähr so lauten wir ziehen beim reformieren deutschlands immer die weltbesten externen unentgeltlichen reformer hinzu und im moment schlagen wir ja vor da uns dass man sich auf einen kreis von sechs externen reformern konzentriert beginnend mit gemeinwohl ökonomie christian felber und wir 2020 de lässt sich ja jetzt schon intensiv beraten von economy economy for mankind und lösungen punkt jetzt und uns den next scientists for future punkt de sozusagen ja und ja denn es hat sich als nicht besonders sinnvoll erwiesen einzelne parteiprogrammte programmpunkte oder reformen endgültig festzulegen wie ein schreiner mit 50 jahren berufserfahrung ja ich lese das nicht alles vor sie können das ja selber lesen sie können ja den live ticker sie müssen halt einfach jeden link anklicken und dann können sie ja alles lesen ja und bei auf der homepage heißt es ja bei uns mittlerweile bei den next scientists for future geht es keineswegs um in stein gemeißelte feststehende reformen sondern ähnlich wie nur ein schreiner mit 50 jahren berufserfahrung ein perfektes kunstwerk hinbekommt bedeuten 50 jahre wissenschaftserfahrung die fähigkeit an jeder sparte der gesellschaft als wissenschaftshandwerker im bereich staatsmanagement und reform reform design so lange herum zu feilen und herum zu polieren bis eine hochglanz reform daraus erwächst die dann ja auch noch durch auffrischungs polierungen gewartet werden muss ja so ja das war's also das andere können sie ja noch zu lesen also der vierte wäre ja dann das bedingungslose grundeinkommen das springt hier man oh man das bedingungslose grundeinkommen und dann fünf und sechs sind mehr noch zu benennen durch die parteien man sollte es aber mit der zahl man sollte sich wirklich nur auf die besten externen reformer konzentrieren und nicht alle welt da versammeln denn dann wird das ein wirrwarr an und dann ja und dann wird das völlig chaotisch ja also wieder zurück hier die wahlen acht wahlen stehen an und am ende des superwahl jahres soll eben die die neue große volkspartei stehen mit insgesamt sechs externen unentgeltlichen beratern und damit die weltbeste politik machen können so dann eine sendung erzählte darüber kurz nachrichten es wurde beatmung empfohlen einzuführen im rahmen des medizinischen kontextes und das ist natürlich klar dass sich dieses wenn das schon empfohlen wird intern dass man sich dieses geschäft dann nicht entgehen hat lassen und dadurch auch dadurch wurde eventuell sozusagen die 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 eine künstliche betten knappheit erzeugt ja denn wenn ich sozusagen regelrecht vorher empfehle dass man sehr großzügig sein sollte mit beatmung und und so weiter und dann später auch mit intensiv beatmung und so weiter ja dann 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 werden natürlich ruckzuck alle betten knapp und und dann sieht das dramatischer aus als es ist deswegen haben wir ja von anfang an empfohlen dass neutrale auf den staat vereidigte biologen die niemals einen cent von der medizin von den medizin sparten erhalten haben und auch nie bekommen werden dass die beurteilen wie vital ist ein mensch braucht der wirklich irgendwelche teuren sondermaßnahmen das hätte man jetzt kurzfristig als weil man ja so kurzfristig ja sozusagen nicht eine schnelle gesundheitsreform machen kann wäre das die notlösung gewesen biologen bremsen sozusagen das geschäft mit der verknappung der betten sozusagen ja schluck wasser gmx hatte einen schönen artikel der sehr schön zeigt wie die vorteilbringenden irrtümer die vi's der sozialspartler funktionieren ja es ist da überhaupt keine rede in dem artikel davon obdachlosigkeit zu beenden und zu abzuschaffen durch recht auf wohnung und pflicht auf zur wohnung ja nein gar nicht nicht so wie bei den next scientists for future die eine echt soziale politik machen wollen sondern es wurde nur gegen davon geredet vielleicht noch etwas mehr verwöhnung für die obdachlosen zu schaffen damit die erhalten bleiben und damit die ganzen sozialspartler weiterhin schön arbeit haben und schön karriere machen können indem die dass die parallelgesellschaft der verwahrlosten obdachlosen ihnen als kunstschaft erhalten bleibt und das läuft aber nicht bewusst ich habe hier also verstehen sie mich genau es mag darunter einige kriminelle schwarze schafe geben die sagen wir planen das regelrecht dass wir die obdachlosen in der gesellschaft erhalten wollen und kommunizieren entsprechend das sind aber einzelne verbrecher einzelne schwarze schafe die mehrheit der leute in in den sozialsparten glaubt ihre irrtümer merkt nicht dass es sich um vorteilbringende irrtümer handelt und mit diesen vorteilbringenden irrtümern infizieren sie also quasi mit mit diesen killerviren des geistes infizieren die sozialspartler ohne jegliche bewusstheit darüber den rest der gesellschaft und lenken die gesellschaft hin dazu bei obdachlosigkeit nicht auf beendigung von obdachlosigkeit orientiert zu sein sondern nur auf weiteres noch mehr verwöhnen von obdachlosen damit sie erhalten bleiben sozusagen ja also ist das darum ging der ganze artikel einfach die verwöhnung hoch zu sagen wir haben ja gezeigt dass es zwei gruppen großgruppen von vorteilbringenden irrtümern gibt die eine großgruppe der irrtümer führt dazu dass man den obdachlosen einerseits einfach gar nicht wirklich hilft wodurch sie erhalten bleiben als kundschaft und auf der anderen seite die andere gruppe der vorteilbringenden irrtümer sorgt dafür dass das man dass die obdachlosen verwöhnt werden und von daher auch irgendwie keinen richtigen not haben jetzt also ihren lebensstil zu ändern und ja ja und das ganze ist also quasi der ganze artikel der dieser gmx artikel ist also letztendlich eine arbeitsbeschaffungsmaßnahme für sozialspartler ja und dann haben wir nur noch als kurznachricht hier sozusagen noch einmal der grundgedanke wenn wenn leute mit um die 106 jahren in deutschland mehrfach und vielfach nach aussicht aussage eines einer kliniken kette mehrfach corona überlebt haben was soll denn das bitte dann schön für ein kind killer virus sein ja was von einem killer virus würde ich doch mal erwarten dass er wenigstens die so viel kraft hat dass er die 106 jährigen töten kann aber wenn davon mehrere überleben was ist das für ein ein harmloses virus wenn 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 sogar 106 jährige den überleben können und wenn ein so ungesund lebender mensch wie donald trump corona problemlos überleben kann ja und dann ich bin ja nach wie vor in meinem abnehmen prozess bzw das funktioniert ja alles super ja aber ich habe festgestellt jetzt habe ich gestern sechs von gestern auf heute 600 kalorien zu mir genommen und schon wieder zugenommen also eigentlich ja wenn sie sich mal erinnern sich mal den spruch der mensch braucht 2000 kalorien pro tag ich brauche nur 500 also ich da darf eigentlich nur 500 pro tag einkaufen denn sonst nehme ich schon wieder zu ja das muss man sich mal vorstellen das deckt sich aber mit der aussage des guten arztes dr med gerd reuter mit th der ja ganz klar gesagt hat die menschen die wirklich alt werden die essen dann praktisch gar nichts mehr weil die verbrauchen nichts mehr wahrscheinlich ist es so dass der körper ganz einfach sozusagen fast keine reparatur funktionen mehr ausführt darf keine dafür keine kalorien verbraucht und mit 100 kalorien können sie ja schon unendlich weit laufen also ja das heißt wenn sie wenn sie über sport kalorien verbrennen wollen das geht ja nur ganz langsam und ganz wenig also von daher der vielleicht braucht man je älter man wird vielleicht braucht man nur noch 500 kalorien und vielleicht brauche ich in ein paar jahren nur noch 300 kalorien pro tag sonst nehme ich zu also ich entdecke gerade so wie erschreckend wenig man eigentlich braucht wenn man einmal aus diesem ja immer kräftig zu langen herausgekommen ist dann 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 stellt sich der stopf wechsel auf den sparsamen modus rum und plötzlich brauche ich nehme schon 600 kalorien zu viel und den legt er dann schon wieder in fett an also ja das war's mit dieser wissenschaftlichen tagesschau heute tschüssi bis bald